Was läuft zwischen Oliver Pochers Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden und Amias Bruder Hima? Mit, die Pochers, frisch recycelt, meldeten sich Sandy Meyer-Wölden und Oliver Pocher zuletzt live aus Dortmund. Direkt zu Beginn der Sendung kündigten sie einen Überraschungsgast aus ihrer, größten Patchwork-WG Deutschlands, an, Amira Alice Burda Ibrahim. Trotz der Trennung von Olli und Amira lebt Hima nämlich bei seinem Ex-Schwager, genau wie dessen andere Ex-Frau Sandy. Wer sich nun fragt, wie die Wohnsituation genau aussieht, der bekommt schnell eine Antwort. Ibrahim lebt im Keller, Pocher und seine Ex bewegen sich auf den oberen Stockwerken. Er hat sein eigenes Zimmer, erklärt Oliver. Das sei mit 70 Quadratmetern allerdings sehr großzügig geschnitten, ergänzt der Untermieter. Und noch etwas wird verraten. Den Arbeitsplatz teilen sich Sandy und Hima, sitzen also fast täglich nebeneinander, bis die Kinder gegen 16 Uhr aus der Schule nach Hause kommen. Wieso war Hima in Oliver Pochers und Sandy Meyer-Wöldens Podcast zu Gast? Dass er nun im Podcast seiner Mitbewohner zu Gast ist, sei dennoch sehr spontan entstanden, verrät Hima. Er habe die Anfrage zuerst für einen Scherz gehalten, sei sich unsicher gewesen, ob der Gastauftritt eine gute Idee sei. Ich weiß, was das für ne Stimmung auslösen kann, sagt Hima, und spielt damit auf das schwierige Verhältnis seiner Schwester zu Ex-Olli an, der immer wieder öffentlich gegen die Mutter zweier seiner Kinder schießt. Das Trio diskutiert kurz das wilde Bäumchen-Wechsel-Dich-Spiel in Bezug auf die Podcasts. Hima, vielleicht machen wir zwei einfach mal unser eigenes Ding, schlägt Sandy dann vor. Oliver Pocher nimmt den Faden sofort auf, schlägt vor, sich wieder mit Amira zusammenzutun, um den Weg für Sandy und Hima freizumachen. Ihr macht Liebesleben, da könnt ihr ja ganz normal weitermachen. Moment, hat er gerade angedeutet, zwischen Meyerwölden und Ibrahim Ali laufe etwas? Liebesbeziehung zwischen Sandy Meyerwöden und Amiras Bruder Hima? Sandy lacht nervös. Wir meditieren regelmäßig zusammen, räumt sie ein, zumindest viel Zeit mit Hima zu verbringen. Oliver Pocher, geäugt das gemeinsame Treiben offenbar interessiert, plaudert über eine Situation aus dem Nähkästchen, bei der seine Ex neben dem Bruder der anderen Ex eingeschlafen sei, während der Oberkörper frei war. Laut Sandy und Olli aber offenbar keine Ausnahme, sondern ein Dauerzustand. Immerhin wolle Hima seinen 12-Pack zur Schau stellen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017